Okay, ja, hallo zusammen an die Leute im Livestream und die Leute, die es vielleicht nachher auch auf YouTube sehen. Wir sind hier heute in einem neuen Format und zwar gucken wir uns gleich alte Matchmaking-Abenteuer-Videos von uns an. Das Ganze ist gestern relativ spontan entstanden, weil einer unserer absoluten OGs, unserer ältesten Insider, The Bossy, das ist ein YouTube-Kanal, das ist einer, der macht so Comedy-Videos, Comedy 1 bis 6, vielleicht kennen das ja noch Leute von früher, der hat ihn seit Jahren mal wieder hochgeladen. Und dem habe ich 2015 ein Zuschauer-Paket geschickt, also ich habe dem was geschickt. Und wir haben das Ultra gefeiert, dass der wieder Reh gekommen ist und da haben wir so gesehen, boah, sieben Jahre ist das her, dass der das Paket bekommen hat und so. Da haben wir gesagt, wäre ja auch mal geil, hat jemand im Chat gesagt, wenn wir uns die alten Matchmaking-Abenteuer mal angucken. Beziehungsweise wurde gefragt, ob ich mir die auch im Stream angucken kann. Da habe ich gesagt, ja, eigentlich wäre eine geile Idee, wenn wir es mit ganz Team Schweine eben mal angucken, die alten Videos, weil das ist, von wann ist das jetzt? Ich sehe es nicht, weil ich im Vollbild schon bin. Matchmaking-Abenteuer 1, wann wird das hochgeladen? 15.05.2015. Boah, das war sieben Jahre her. Also das waren so die Anfänge von, ja gut, wir haben schon ein Jahr Videos gemacht, aber Matchmaking-Abenteuer ist wahrscheinlich die bekannteste Serie. Äh, Erik, ähm, Erik, habt ihr ja mitbekommen, ist nicht mehr offiziell, ist Team Schweine ihr Mitglied. Äh, der hat sich abgemacht vor drei Jahren. Nee, äh, Erik schläft tatsächlich noch, es ist 20.30 Uhr, Erik schläft noch, weil der hat seinen Schlafrhythmus gefickt wegen, äh, Destiny. Der hat da irgendwie die Nacht geradet und deswegen haben wir als Special Guest, ähm, unseren Zuhälter dabei. Marius, äh, der damals auch schon mehr oder weniger dabei war oder zumindest die Videos kennt, weil Marius war damals in unserem YouTube-Netzwerk unser Manager, kann man so sagen. Früher in der ESL und der kennt den ganzen Shit von früher auch noch und da haben wir gesagt, ja, wir brauchen noch einen, einer muss noch dabei sein, der das auch noch von früher vielleicht kennt. Und wir gucken uns heute mit euch die ersten drei Matchmaking-Abenteuer an. Kilian hat sich die vorher angeguckt und die für safe befunden, weil 2014, 2015, die Zeiten waren noch ein bisschen anders, wir waren alle noch zu Hause bei Mami und Papi. Äh, es wurden teils Aussagen getätigt, die man heute nicht mehr tätigen würde. Äh, einfach weil man jung und dumm war, falls das, äh, im Laufe dieser Reacts auch mal der Fall sein sollte. Wir distanzieren uns natürlich in jeglicher Form davon, aber wir waren da eine ganze Ecke jünger und da hat man sich damals noch nicht so viele Gedanken um irgendwelche Sachen gemacht. Äh, ja, aber Kilian hat gesagt, die ersten drei sind safe, äh, und deswegen gucken wir uns heute die ersten drei an. Ich denke mal, das ist eine Falle. Ich hab auch ein bisschen Angst, ich weiß nicht. Aber Kilian meinte, safe. Und der ist anwaltend, wo der ist okay. Ja, ansonsten, Marius ist ja hier im Anzug, der ist auch jetzt unser Anwalt inzwischen. Ja. Das Ding ist, ich hab die Sonnendrinne nicht ohne Grund auf, äh, ich will einfach nicht erkannt werden. Nichts damit zu tun haben. Aber ich frag mich, haben wir 2015 schon mit dir gespielt? Tauchst du da vielleicht auch schon auf? Nein, glaub ich, ne? Ich glaub, ab so Teil 6 oder so auf jeden Fall. Ganz, ganz. Auf jeden Fall. Relativ spät erst, glaube ich. Das war halt die Zeit, wo wir auch viel ESEA gespielt haben. Sieht man, glaub ich, auch mit den Premium-Sternen, was das damals war. Stimmt, stimmt. Also ich bin seit 2015 auf jeden Fall im YouTube-Netzwerk der ESL. Also, wir kannten uns auch schon. Kann das mal gerade... Kann passieren, glaub ich, aber... Ich glaube, so ab... Wir sind jetzt bei Teil 29 oder so? Äh, 27 hab ich heute noch gesehen. Ich mein so Teil 6 oder Teil 7 oder so. Wer, wer, hätte ich mich mal, äh, das erste Mal gesehen. Ja, okay. Du könntest ja überraschen lassen. Also ich hab die alle schon eine ganze Weile nicht gesehen. Die ersten zumindest nicht. Felix hat die hin und wieder mal geguckt, glaub ich. Naja, ich war immer mal... Freddy Fibu? Ja, ja, ich hab die auch immer mal wieder gesehen. Also ich könnte jetzt... Ich hab safe alle gesehen. Ja, ja, alle? Aber ich könnte jetzt nicht mehr sagen, wann zum Beispiel die Szene, wo du auf Info, wo das AWP-Rohr rausguckt am Graveyard, wo wir dich alle geflamed haben. Boah, das könnte eines der ersten Dinger sogar gewesen sein. Das zweite oder dritte oder so. Ja, aber ich könnte jetzt nicht sagen, war es das fünfte, dritte oder zweite oder so. Also ich hab keine Ahnung, was im Matching Antwerp 1 passiert. Jetzt bin ich auch nicht. Also was ich halt gerade, oder nicht gerade, vor, keine Ahnung, 2, 3 Monaten alles nochmal geguckt hab, sind die ganzen H1-7-Sachen. Boah, die müssen wir auch nochmal gucken. Oh mein Gott. Unfassbar. Ja, mal gucken, wie... Unglaubliche Uploads. Ja, okay. Felix hat hier einen Watchtogether-Raum aufgemacht. Dann kann jeder von uns pausieren. Wie mach ich das da jetzt überhaupt? Wie krieg ich ein Vollbild? Oder was ist das? Unten rechts ist so ein Rädchen. Ja. Im Settings-Radio. Ja, da kann ich Vollbild machen. F geht auch, okay. Ja, nicht. Aua. Laut. Kann, ich weiß nicht, kann jeder von uns Pause machen? Ja, ich bin schon, ja. Sobald ich mich im richtigen Raum bin, kann ich das wollen, ne? Weil ich will hier gar nicht. Du flex auch wieder, wie scheiße. Also wir haben gerade schon Technical Issues bei Marius, also wenn die Facecam bei Marius lag. Aber ihr seht vielleicht da ein paar schöne Standbilder, wenn Marius sich freut oder nicht, dann könnte er die ein bisschen länger sehen. Soll ich nochmal einen ausdecken? Guckt mal, hier ist der Raum. Ja. Ah ne, ich sehe euch. Wir sind ja auch, wir sind ja auch, wir sind ja auch, wir sind ja auch fünf User, also das... Ja, das müssen passen. Ja. Also ich weiß nicht, ob jeder Play und Pause machen kann, sonst muss Felix halt machen. Was muss ich noch mal da drauf gehen, oder was? Nee, ist das Saber Link. Ja, ja. Wenn er drüben ist, bist du mal. Na, siehst du das Standbild von dem Video? Äh, warte mal, ich drück mal nochmal drauf. Wir können einfach mal kurz Play machen, gucken, ob es bei allen losgeht. Ja, bei mir ging es los. Ja, also ich hab jetzt Play gedrückt, aber das kann jeder. Warte, ich mach auch mal Leertaste. Oder kann ich das nur ich als Admin? Oder wie ist das? Bei mir ist Play und Pause direkt, wenn ich drück. Das musst du vielleicht machen. Jetzt ist Erik im Chat, ey. Jetzt sind wir gerade da. Das ist so krass. Ey, ich kann auch, wir können gerade übergeben. Das ist überhaupt kein Problem. Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Ja, irgendwer noch spontan reinkommen wird, können wir es machen? Dann kann Marius ja am Voice bleiben, weil wenn die Facecam eh nicht... Das ist die Zuschauer. Das ist Marius die... Aber starker Auftritt. Darf ich einmal einen ausdecken in die Kamera? Ich will einfach wissen, wo dran es liegt. Ja, ich kann dich auch so lange ausblenden. So. Bist du echt gerade aufgestanden wegen Destiny? Bitte? Bist du gerade aufgestanden wegen Destiny? Ja. 1,20 Uhr. Morgen erst mal Brötchen. Erst mal ein Brötchen auf. Ja, naja. Wer soll ich Marius so da? So einfach irgendwie? Ja, ist doch clean, oder? In die Ecke oben. Oder über Fibo so. Ja, hier ist besser, oder? Bist nicht so alleine. Ja, ja, das ist okay. Ja. Zu Fibo drauf. Kannst du Fibo oder zu Erik? Ja, bei Erik ist es Schweinchen. Ja, das Schweinchen muss schon da sein. Ja, du musst das Schweinchen verdecken, das auch noch. Dann bleibst du halt bei Fibo. Das ist doch schön, das ist so die Zuschauer-Ecke. Ja. Die Tribüne. Oh nein, Maus-Elex wieder. Nicht im Ernst, doch. Ja, das ist alles, das ist alles, das ist alles. Ich bewege dich einfach nicht. Aber das kann doch nicht sein, jetzt mal ganz im Ernst. Ja, aber eigentlich ist es geil so als Special. Wenn du dich mal freust, dann sieht man das drei Sekunden lang, wie du dich freust. Ja, ich freu mich halt dann jetzt nicht. Ich bleib hier die ganze Zeit so sitzen. Ich finde es aber geil, weil es so trash ist. Okay. Haben alle einen Link auf? Äh, ja. Okay, ja, Felix ist, äh, Master. Okay, ich brauche sie nicht runterziehen, es geht einfach los. Ja. Und los. Naja. Ein alter Intro war auch so viel gerne. Alter, in der Fall. Ja. Das war alles Iseah. Das ist Iseah, ja. Naja, ich sehe schon. Ein Sternchen für den Namen. Da habe ich noch 4 zu 3 gezockt. Ja, da hatten wir, es war Iseah Premium, ne? Wie groß. Und Felix, altes Mike. Ohohohohohoho. Ja, das ist ein Mimmel, singe. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Noohohohohohohohoho. Das war so geil. Wie ist die Lage da? Titanik. Titanik ist auf jeden Fall was. Ja, Titanik ist auf jeden Fall was. Oh mein Mike. Die Mike ist krank. Die Mike ist krank. Double. Double. Das ging auf Kabel immer rein. Mann, wo ist die Map, Mann? Wo ist die Map, wo ist die Map? Wo ist die Map, wo ist die Map? Wo ist die Map? Ich sehe ja auch. Die Sounds sind da auch noch anders, oder? Jaja. Das waren die alten Sounds. Die alten Sounds. Nice, Freddy, Mann. Mich gibt es auch nicht mehr. Screw haben immer alle geheult. Arschneit Sounds. Jetzt werden die alten Sounds lustig. Oh Gott. Ja, manche fand ich echt... Alle wissen halt direkt Bescheid. Jaja. Kuckli. 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 Oh, der USB ist auch noch sofrieden. Der USB ist auch noch sofrieden. Der USB ist auch noch sofrieden. Was, Alter? Was? 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 4. Kurz. Kurz und lang. Und B. B. So kacke, Alter. Alle A. Lol, nice. Legg für kurz, oder? Legg für kurz, ja. Lol, ja. Geht in einem. Bleib kurz und leg gleichzeitig kurz. Ich mich höre, Alter. Mann, die, man immer nicht kabelseh... Ja, die mussten es machen. Ach du Scheiße. Das war der von Mitte? Das war so schlicht... Ich wollte mich erinnern. Das war so... Das... Seitengang. Mach doch vor. Mh... Ich steh' einfach neben dir. Der kommt schon fertig. Ferti. Ich steh' einfach neben dir. Ja, Internet Explorer. Boah, Alter. Das ist ein Fan, Alter. Aber die Digge noch geil. Das ist ein Fan, aber auch sauber. Hä? Achso, die Tür sah aber komisch aus jetzt. Was ist das denn? Andersrum, halt. Was wollt ihr? Ist ein Arroganes, was wollt ihr? Mann, das ist die Liesin, Alter. Danny Birnich. Ich hab 5 AP. Danny Birnich. Oh mein Gott! Der geht aber auch nicht scheiße hin, Alter. Schau zu. Papa macht es in der Mitte hin. Die Models laufen. Das war doch unpassbar, Alter. Das war doch geil, Alter. Der Papi macht's. Oh, zwei Meter. Der Papi macht's. Hey, Ratholz. Der Papi macht's ja schneller. Nee! Jetzt ist das kann's los. Jetzt ist das kannst du los. Oh mein Gott! Dann kannst du los. Jetzt kannst du los. Nee, du guck mich noch. Ob der irgendwas in die Tür kriegst du dann? Es hat halt so'n scheiß Smurf und gone, er spielt einmal die Tür. Haben die sich irgendwie gemeldet? Nee. Oh, das war damals schon. Die alten, äh, die alten. Ich sag nochmal. Nein, ich aim die Adolf Hitler auf. Ja? Oh, okay. Reiß ich dir an die Hände! Warte, aber echt, Freddy, man Freddy klatschiert links. Ja. Oh Mann. Reiß ich dir die Hände, Alter? Ey. Hat ja doch immer nur ein Knife, wirklich dieses Knife ist so unterhalten. Ja, 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 ja. Ey, ist... Da wurde er auch schon dabei. War noch aus. Oh mein Gott, jetzt passiert's. Ist das unser Global Ubring? Ja. Unser erster Global Ubring. Legen. Legen. Ich hab auch Globe! Ich hab auch Globe! Ich hab auch Globe! Ja, nö, 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 immer, immer zusammengespielt. Felix und ich, 16 Fracks, 13 Fracks, und wir sind beide doppelt, aber in Irre-Vase-Tilt. Da wirst du drei Tage nicht online gekommen. Das war wirklich der allererste. Ich war aus dem 3er Zuschauer. Das wird der Halbzeit-Chill sogar irgendwelche Ausländer, die dann wissen, dass du deutsch bist und ihre kleinen Wörter, die sie auf Deutsch gehen, einfach nur droppen. War so schön. Wenn man den What-Together internen Knopf für Play verwenden muss, ich hab hier halt nix. Links unten sein, oder? Ja, ich hab ja, ich hab Vollbild. Warte, ich test es mal. Ah, okay. Okay, das wusste ich nicht. Und hier, Gunny, für die, die Gunny nicht kennt, der hat früher oft mitgespielt, ich glaub, Felix kennt das schon ultra lang. Das war der, als ich mein erstes Messer gezogen hab, da haben wir Seaside gespielt und Gunny hat ne Kiste gedroppt bekommen, ne Winter Offensive Kiste, hat gesagt, ich hab keinen Bock, die aufzumachen, Geldverschwendung, hat die mir geschickt, wenn ich die direkt aufmach, mach die eine Kiste auf, die der gedroppt bekommen hab, und da hab ich mein erstes Messer gezogen. Das, äh, ähm, M9 Bayonet Vanilla war das. War das die aktuelle zu der Zeit? Hä? War das die aktuelle zu der Zeit? Ja, ja, da gab's erst zwei Monate überhaupt Skins. Okay. So lange her, Mann. Guck mal unsere Pings an, was war denn das für ein Server? Da nicht noch hier, mobiles Internet. Schöner 100-Helber. Aber irgendwie fühl ich das alte Overlay noch mit dem Scoreboard und so. Ja, 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 das war alles besser. Alles war besser. Halftime war auch so geil immer. Wann doch mal kurz, ich will doch mal hören, was die sagen, irgendwie. Ich mach mal ein Stück zurück. Wenn du, wenn du Fullscreen hast, du willst nicht unten links klücken, kannst du auch einfach K drücken zum Pausieren. K? Kann ich dann mal wieder Play machen? Ja. Ah, geil, okay, ja. Mal ein Stück zurück, oder? Und aus. Das ist so traurig, Alter. Ich mach 30 Flex zu zählen, Alter. Ich will immer noch ein in den Weid sehen und dann, äh, ob die hier. Die alte Lobby auch. Man verliert der Ossi auch. Ja, ja, ja. Ich erinnere mich auch wieder. Oh, ja, ja, ja. Alter, ist direkt zwei. Kann man da jetzt drauf drücken? Ja, ja. Okay, okay. Ich weiter, gleich Insert, weiter. Ja, ja. Und weiter, weiter. Ah, nee, warte, nee, das geht nicht. Warte, ich muss es trotzdem... Nee, ich muss es reinziehen. Du musst es reinziehen, ja. Ja, warte, ich zieh rein, ich zieh rein. Kann man die Qualität irgendwie noch höher stellen, oder war die so kacke? Ey, da gab's nur 720p, ja. Okay, das sieht aus wie 4.8. Das ist schon 7 Minuten. Mal ein Stück. An der Haus rein, down. Jetzt. Wohl, wie der heiß in Ehe gekiltert hat. Ich hab an, du auch. Und ich weiß, dass ganz genau noch was passiert. Oh, das sieht war geil. Dann hab ich euch noch ne Flash, jetzt mal ohne Scheiß. Das ist so cool. Hast du noch irgendwas? Gleif, warte. Nein. Nein, das ist ein Fan, aber auch. Hast du noch irgendwas, Lennos? LOL. Das ist so ein Schrott. Bucht auf. Fick den weg, Freddy. Nice, Freddy. Schön, der Fred. Oh, shit. Oh, shit. Du fassst doch nicht am Tor abgehen. Oh, fuck, Alter. Der kommt nicht Mitte raus. Der ist noch nicht Mitte raus. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Was ist denn da? One, two, one, two. Die 7 Volt-Code. Und dazu? Kein HP. Nein! Oh, mein Mann! Oh, mein Mann! Komm, Freddy. Freddy, du musst alle machen. Dann bist du raus, ja. Und das kriegen früher noch nicht knapp. Eins, Loll, Freddy. Da kann ich mich zum Beispiel gar nicht mehr daran erinnern. Mann! Oh, was? Wie kann man so offensichtlich cheaten? Einer nur. Der kommt B, der kommt B. Aber nur einer. Oh, Mitte oben zwei. Fass dich so ähnlich wie so ein... Ich war draußen mit dem Scheiß-Taser, Alter. Die zwei sind kurz schon durch, Lennos. Das ist ja ein Skandal. 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 Dieses Hitze des Wahnsinn. Ich mache es was ultra-Krankes lang. Ich hole First-Pack lang mit Taser. Das klappt auch noch. Ja, das ist ganz genau. Ich werde es ganz genau noch machen. Alter, das zwei war so geil. Oh, ja, ja, ja. Nein! Ah! Ich sterbe noch heute an bestialischem Husten. Was haben wir da für einen Namen, Alter? Unser Name einfach mit Bosch. Unsert bei Bosch. Ich kann's mit Bosch. Flasher Spot, Flasher Spot. Wir haben einen Sponnel, die Dentsche. Oh, nein, 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 nein. Connect auch, weiß. Der ist so voll. Der sieht ernst, hab auch nicht. Und mit Tobias. Jungle, Lester. Jungle, jungle, jungle. Ja, ja. Es geht los wieder, Alter. Mit Ace. Mit Ace und Johnson. Mit Isla, Tor, B. Mit Johnson und Tobias. Wo genau? Hinter der Box, oder? Ja, ja. Oh, du rennst ein. Geh doch mal weg. Besser nicht. Ich bin Arsch und auch mit Eichel-Furchen-Krebs. Ich bänke dich, da ist nix. Ah, Lester, Hilfe. Mann, links. Mann, links. Links. Genau, links. Wo links? Ich weiß ganz genau, es ist rechts. Weil dieser Vollendgut keine rechts-Links-Kant. Was spiel ich für? Mit was für? Oh, du spielst hier! Ja, ja, ja. Oh, das ist so zu was. Das ist so zu was. Ich bin taub, hier. Es ist viel Spaß. Ich bin taub. Wir haben ja zehn Stunden am Tag gespielt. Und die zehn Stunden. Links, Mann. Du kannst dich auf keinen Call verlassen. Ace Call nur da hinten. Der ist da hinten. Aber wie ihr jetzt sagt, ich hör es nicht, weil ich taub bin. Man muss sich nicht auf jeden Fall schießen. Felix Call links und der Gegner ist rechts. Das schießt doch jeden an. Das tut so unfassbar. Ich bin schon fragkartig. Junge, Ace, ich töte, save deine ganze Familie. Ich finde die. Ich bin die. Ich bin die. Salik hat gesagt, dass du sie saved. In-game, in-game. Mann! Scheiß da einfach. Oh. Oh. Ja, was? Ich bin jetzt da hinten. Dann werden wir alle noch zu uns. Oh, der ist da hinten. Kann man so flashern, ist es geißig, Mann. Es war Pardo, kennst du eigentlich Snow? Kurz, aufhört, aufhört! Ich hab noch nix in der B-Wut gesehen. Oh, das ist heute nur rein, ihr missgestalten. Macht keinen passen. Komm, bitte B. Ich bete zu Jesus im Himmel. Scheiße, Junge. Ich stelle mich grad vor. Okay. Wie wie irgendwelche LAN-Finals spielen und genau so der Schiss. Guck mal im Chat. Habt ihr gesehen, Alicia im Chat? Scheiße. Ja, das war wieder aber nicht, ist egal. Eik, Run-Boost? Äh. War das ein Liga-Game? Schön hinter die Naps. Ja. Ja? Direkt rein! Oh, geht doch nicht scheiße auf. Es sind noch vier, warte. Jetzt sind's. Jetzt, Eik. Von hier, von hier, okay? Von unten, von unten. So noch zu den guten Seiten, als ich das konnte. Und Feuer. Ja. Nice Move. Ja! Ist das geil! Ist das geil, Mann! Danach nicht eine Runde. Todes Run-Boost, Mann. Ja, ja, safe. E-Ligt direkt im Chat. Warte, Run-Boost war geil, Mann. Der kriegt direkt den Rücken und weiß nicht, was passiert. Facken alle raus. Zwei noch raus. Einer. Nice! Rechts noch. Gelb, gelb, gelb! Auch einer Spot. Y, Y, Y und Garde scharble, glaub ich. Ich zwar gar nicht. Smog ab. Smog nochmal, Erik dann. Smog-Maniber, Smog-Mani. Nice! Auf geht's! Ah ja, die kommen. War das die erste Season vielleicht sogar? Ja, ja, safe. Geht du rüber, ich darf es auch. Ich Nate, vorsicht, Nate. Ja, 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 ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Das hat grad nicht passiert, was wir haben. Ich sag Schweine, du sagst Elm, Schweine! Elm! Du hast ja komplett sein, was du! Jetzt sitzt es gerade gar nicht bei mir irgendwie. Ja! Ja! Ja, mann, nicht! 4 Euro! 4 Euro! Die ist doch Fn! Die ist Fn! Viel testet! Das war das erste Community-Opening, glaube ich, was wir gemacht haben. Die Mini-Map an, Alter! Da war Sleepy drauf. Guck mal, MLK ist im Chat, Whisk, Marsflash! Yolonese! Den sehe ich nicht, da ist gerade das Zeug drüber. Kann ich das jetzt hier weglesen? Ich lese es im Killfeed. Achso, ach ja, stimmt, man kann es auch gucken. Erik, Botslayer. Was? Dr. Lennox, kennt ihr den noch? Dr. Lennox? Der war für auch mal dabei. Crumpsal ist noch dabei, glaube ich. N10. Na, Slider, Slider. 43 Botslayer ging Slider, die alte Legende. Auch safe, ja. Sind wir gerade in 14 oder 15? 15 alles. Okay. Das ist, das war im Mai, 31. Mai 2015. Upload. Das ist jetzt fast 7 Jahre, ja. Boah, cool. Das ist krank. Die alte Nuke, wo du noch den Skilljump brauchtest. Ja, das kam ich nicht hochgehalten. Rausende Kettmog gehabt. Ja, hab ich schon. Lass, 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 Lass. Jetzt musst du schießen. Jetzt musst du doch einfach schießen. Aber wo stehst du, Alter? Wie auf Zeit? Nein! Wie auf Zeit? Oder auch wirklich, aber alles wie auf Zeit? Oh, ja. Oh, ja. Das ist so geil. Wir waren damals halt alle. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Geil, Alter. Vor B. Vor B. Vor B. Du musst es handeln. Ah, ja. Jetzt einfach reinlaufen. Cool. Good game. Neue Skins. Dragon Ball Star. Kein Problem für nen Papi, Mann. Das war so geil. So viele Kommentare von Relic. Oh, ja. Die schieben schon. Oh, mein Gott. Rails. 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 Boah, die haben wir ja auch nicht oft gespielt. Die waren nicht zu laut gespielt oder so. Die waren richtig trash. Die waren nicht gut. Boah, die hab ich gar nicht mehr. Die hab ich ewig immer gesehen, Alter. Nee, die waren nicht gut. Da war so ein bisschen Wannabe-Train irgendwie. Das war ein bisschen komisch. Boah, wenn ich jetzt alle Operation-Maps hätte aufzählen müssen, an die hätte ich nicht gedacht, glaub ich. Nee, safe nicht. Na doch, doch, doch. Die haben ja aber nicht viel gespielt. Die haben ja vielleicht insgesamt fünfmal oder so gespielt. Was war das für eine Operation, denkt ihr? Ja, Phoenix. Phoenix, ja. Die zweite Operation war das, denk ich, oder? Rayback war die erste. Dann kam. Bravo? Bravo, glaub ich, ja. Ich kann sagen, dass es auch Bravo war. Obwohl, nee, das war eine später. Nach Bravo dann. Nee, Bravo hab ich nicht gespielt. Da kam, glaub ich, Breakout. Bloodhound? Nee. Nee, nee. Bloodhound war noch über 16 oder 17 oder sogar. Breakout war, glaub ich, da. Renga ist auch noch alt. Die, äh... 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 Ja. Und ich glaube, äh... Bravo war nämlich da, wo wir am Anfang, wir haben ja 2014 eigentlich am meisten gespielt, und Bravo war das als Favela und Seaside kam. Ja. Nee, ich hatte recht, es war Payback. Echt? Also die erste. Payback, Operation, und dann, äh, Phoenix, und dann Breakout. Ja, dann war das aber Phoenix. Ja, aber dann war's Phoenix, oder nicht? Nein, Bloodhound. Bloodhound. Ja, das ist aber auch die Bloodhound Operation. Hat er doch gar nicht aufgezählt gerade. Ja, dann ist es viel später gewesen, da, wenn es Bloodhound war. Ja, 2015 muss das ja gewesen sein. Mai, April rum. Weil es war Payback, Bravo, Phoenix, Breakout, Vanguard, Bloodhound, Wildfire, Hydra, und so weiter. Da war nochmal Season drin im Vanguard. Mann, geil. Mach wieder Go? Ja, das stimmt. Rails, Splatown, ja. Krank. Keine Ahnung, wo oben. Mach Manno. Guck mal, Ace oben. Und da ist er los. Oh, nice. Einer ist noch, ähm... Einer ist noch, ähm... Einer ist noch, ähm... Wo bin ich? Ich häng' fest, ich weiß nicht, wo ich bin. Ich kann nicht laufen. So gab's den Glück. Wo ist die Bombe? Wo ist die Bombe? Wo ist die Bombe? Der hat sie durch. Ich seh' nichts, Verli. Wo bin ich denn? Fuck! Das ist ja ein Skandal! Ach, Mann, ey. Krass. Die waren aber früher viel mehr einfach nur irgendwelche Fracks. Jetzt sind irgendwie viel mehr Fails. Aber ich glaub, das kam so mit Matchmaking Anteil 4 oder 5, wo ich nicht... Wo ich mehr so Fails und Tollscheiß reingepackt hab. Ja. Und die sind irgendwann länger geworden. Das war ja auch nur sieben Minuten jetzt, oder? Mhm. Ja. Ich glaub, ab 3 ist länger geworden, oder? Wie lange ist das? Jetzt ist 13 Minuten 50. Ach, Mann, ey. Ich glaub, die Qualität ist bei mir wirklich ultra kacke eingestellt. Ich weiß auch nicht, wo ich das einstellen kann. Bei mir ist die normal. Bei mir auch. Bei mir geht's halt auch. Hier kann ich's einstellen. Also das war 720p damals, glaub ich. Nee, nee. Ich hab's, glaub ich, nicht richtig eingestellt gehabt. Also ich glaub, hier ab Matchmaking Anteil 6 hier rechts, Matze Ginter leuchtet mich da gerade an, hier. Ja, das war das schon. Das sind die richtigen Banger geworden. Wo ich dann... Dann ging's los. Da hab ich viel mehr auch geklippt. Wollen wir jetzt der Reihe nach machen, oder? Naja, klar. Na, noch das dritte, ne? Oder wollen wir noch mehr? Ja. Ja. Achso, warte, wo ist der Raum hier? Ich hab, glaub ich... Warte, hab ich schon 3? Ich glaub... Naja, 3 steht bei mir oben schon drin, hier. Ja, bei mir auch, ja. Mal Play. Eventuell müssen wir halt... Dann müsste es halt schon drin. Übrigens. Was passiert jetzt? Eventuell, wenn du mal irgendwas zwischendrin sagen willst, musst du mal irgendwie mehr pausieren, weil sonst... Da wird die ganze Zeit geschrien im Video, da hörst du halt gar nix. Ich weiß aber auch nicht, ob ihr gerade im Teams mit redet, oder? Ja, 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 ja. Ohne Scheiß. Ich hab grad gedacht, irgendwie war die Mikrofonqualität bei FIBO früher besser. Was? Also... Ja, weiß ich nicht. Könnt ihr jetzt Play machen, geht das? Ja? Ja. Dann go, oder? Okay, und dann rein, dann rein. Ich glaube, jetzt muss das aber in FIBO kommen mit. Bei mir passiert nix. Bei mir passiert auch nix. Bei mir passiert auch nix. Was ist denn das jetzt? Jetzt hat einer auch bei mir zurückgespult. Ich hab... Jetzt steht hier unten bei mir live. Ich hab kein Video geladen. Ich bin hier im... Also jetzt steht unten weiter. Ja, ich auch nicht. Ich hab kein Video geladen. Wartet? Ich hab kein Video geladen. Aber ich klicke jetzt einfach selber mal auf Abenteuer 4. Ja, aber warum geht das? Okay, dann sind 3, oder? 3, 3 ist es. Achso, 3. Wartet, ich geh nochmal in den Raum rein. Hey, was ist denn das jetzt? Wo hast du schon da irgendwie außen nichts gleich? Also jetzt seh ich 3. Irgendwie bugged bei mir halt. Jetzt ist unten irgendwas Neues passiert. Ja. User GXB oder sowas steht da. Kommt's jetzt bei euch? Ja, ich bin halt irgendwie stuck in diesem Screen am Ende da. Im Endscreen, ja. Ja, ich auch. Kennen sich da einer mit aus? Legt zwar vielleicht nochmal hier rein. Klickt einfach nochmal. Ich bin nochmal raus und rein, dann ging es... Okay, dann mach ich. Ja, jetzt, jetzt sieht's gut aus. Warte, ich muss da mal Pause-Screen machen. Dann lass mich noch eben. Ah, ich hab bisher einfach nochmal den Linker gekügt. Ja, jetzt geht's bei mir auch, oder? Ja. Qualität ist passt, ja. Okay. Jo. Are you ready? So. Und los. Und los. Los. Ja ja. Ja ja. Ja ja. Links, links, links die adp! Links, links die adp! Links! Links die adp! Bei mir hat's gerade angehalten, oder? Echt? Bei mir nicht. Wollen wir nochmal Pause? Das war mit Mario, ne? Das war die Zeit, wo Mario immer so ultra viel mitgespielt hat. Hier, Izea und so. Mit Lügner und so, ne? Lügner, mal versuchen, in die Lobby reinzukommen einfach. Ja, mach mal F5. Ich hab F5 gemacht, da hat's geklappt bei mir. Okay, Sekunde. Jetzt hab ich den... Ja, perfekt. Okay, und los. Danke. Ich weiß ganz genau noch, ja, ja, ja. Wie kann der das nicht sehen, Alter? Einfach so, einfach so. Bleib mal am Spawn, Felix. Guck mal, ich zähle sie, das strafe-jump. Mach das mal nach. Schade, ja, schade, ja. Ich werde jetzt... Nimm mal einer meiner AK. Ich spring jetzt Droppa runter und hol den mit dem Taser. Ja, die Model-Moven so geil. Der Absurd, sowas. Mit da unten, was? Jetzt Pause. Aber früher war das halt irgendwie auch geil. Jetzt ist so Standard-Kram, das hast du tausendmal gemacht. Ich glaub, da war der Taser sogar noch relativ neu im Game. Da war das halt geil. Der Taser sah früher anders aus. Der sieht doch besser aus. Der kommt kein Blitz mehr raus, oder? Boah, weiß ich gar nicht. Aber stell dir mal vor, wenn ich das heute in irgendein Abenteuer reinkatten, würde, dann würde Leute fragen, warum du kattest so ein Standard-Taser-Camp da rein oder so was. Gab's den Taser nicht von Anfang an in Go? Nee. Safe nicht. Den gab's doch schon in der Beta damals. Boah. Ich mein, da wär irgendwann dazugekommen. Also ich weiß nicht, ob der in offiziellen Matchmaking dann überhaupt erlaubt war zuerst, aber... Wer zählt gleich, einer recherchieren, ich weiß es nicht. Also es gab ihn auf jeden Fall seit der Beta. Ich glaub auch, den gab's von Anfang an, aber die hatten irgendwann mal was geändert. Hatten den irgendwie günstiger gemacht oder irgendwas? Ich bin mir 100% sicher, dass ich noch nie auf Seaside oder so einen gezoist hab früher. Hat der nicht irgendwie 1.000 oder so gekostet? Ja, ich glaube, der hatte 1.000 und jetzt kostet er 100 oder nicht. Ja doch, ich find's gerade hier. 2.000 oder so, glaub ich. CSGO Beta von 2012 geüploadet, da gab's schon einen Zeust. Ja, ja. Ja, aber war der im Spiel? Weil hier Seaside und Favela hab ich safe nie jemanden gezoist. Ja, weil wir den nie benutzt haben, glaub ich. Weil der viel zu teuer war, glaub ich. Ich glaub, der hat einen Taui gekostet oder so. Ich glaub, der war nicht im Rank kaufbar. Kann auch sein, dass der nicht Matchmaking war. Also 100% hier das Matchmaking gegen Boy und so, wir hätten versucht, den zu zeusten. Das haben wir nie gehabt. Der hatte nie einen Taser in der Hand. Das Game war so leicht, da hätten wir das probiert. Da kam der vielleicht später. Ja, genau. Weiter, oder? Nochmal. Wir haben echt wieder geboostet. Aber die richtige Version. Da ist ein Hopper drin. Oder irgendwo in der Nähe davon. Ich hör's. Ich hör's, du sollst, du sollst, du sollst, du sollst, du sollst. Ja, jetzt drücken wir mal noch, du sollst, du sollst, du sollst, du sollst. Ich späte rein. Ja. Einer los, du sollst. Vielleicht die Vulkan noch. Geil, da hab ich schon angefangen, Kills zu sammeln. Dritte-Kills. Doch, 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 komm, einer. Ich hör' den. Na ja, na ja. Jetzt gewägt. Na ja, na ja. Na ja, na ja. Die Models, wie die laufen, das ist Wahnsinn. Da kommt, da kommt. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Wir haben wieder gespielt. Das ist Tobias, oder? Das ist im Holz, Mike. Mit wem. Ne, das ist hier Linux. Der... Dr. Linux. Da fehlt. Den haben wir, glaube ich, in ESEA oder so. Test, der hat ein Test. Meinst du Linux? Oder... Ne, Linux. Linux. Österreich. Ach so. Der sagt mir irgendwas. Der sagt mir irgendwas. Dr. Linux. Ja. Wir haben gleich ein paar Mal gespielt. Ah, der ist oben mit Raus. Da ist die Bombe im Futtergang gekommen. Was, das halbe Video nur irgendwelche Zolls? Ja, ja, ja. Ne, Kressi? Ja, ja. Da haben wir Kressi gespielt. Einer Pro B, das macht's ja Peter-Kommen-Paradox und lassen die so munten, Alter. Ja. Da kann man den... Kann man den Respekt komplett ablegen? Die war auch dabei, ja. Felix, ey. Mann, wenn der Scout... Ich hätte... Mit der Scout hätte ich den nicht gehabt. Mit... 14-4 gegen Kressi. Vollkommen ist er. War halt so. War halt so. Das war halt früher auch ein Ender-Klar. Das war halt krass. Der war so gut wie wir vielleicht. Ja, und jetzt? Wo spielt der jetzt? Der hat bei... Bei Sprout ganz lange gespielt. Ja, der war ja damals, deswegen hast du das grad so feiert. Da war der... Der war ein Made von Boy damals. Ja, ja. Deswegen hast du den Zollskill so gefeiert. Der war halt so wie wir. Wieso ist der jetzt so krass? Und wir sind Müll. Ja, wir haben Matchmaking gedaddelt und der hat Faceit wahrscheinlich angefangen. Ja. Ja. Wir daddeln halt rein. Wir haben ein seriöses Team aufgemacht halt. Ja. Team gespielt. Paradox Hashtag Praise the Sun. Was heißt das, Fibu? Das ist von Dark Souls. Achso, okay. Dank. Oh, das war krank, Fibu. War das Fibus Gehackte-Szene? Ja, ja. Was? Nein, nein, Fibu ist schon tot. Das bin ich doch gar nicht. So, stimmt. Ja, aber okay. War das aber Fibu Gehackte-Szene? Ja, das ist halt. Ja, irgendwo war das. Viel, viel später. War die gleiche Pose. Ja. 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 Banger vielleicht, oder so? Gegen Fidletic Dance. Banger. Naja, klar. Und nur die Leute ohne die Zeug-Skill-Zest. 30, Freddy, 30. Oh, die sollen die Map zurückbringen. Wieder Taser. Oh, sind wir doch drauf! 10 AP! Oh, da gab's noch kein No-Scope-Zeichen. Ja, okay. Der Schatz kann ja auch übel spielen. Na, Küche schon? Leg mal, leg einfach, leg einfach, leg einfach. Ja, ich so, nicht dritte. Der war doch drin! Nur Zeugs, halt. Nur Zeugs, halt. Guck so geil. Dieser kommt, dieser kommt. Was? Hä? Ich war in die... Was? Paradox! Ich war mit den Zeugs und die drin 48 in 2. Mann! Es ist echt Zeugs. Es ist echt Zeugs. Wano war viel Nerven dran! Der kommt schon, oder? Ja, der ist close bei mir. Ich hab blau AP. Letzter CT. Der push mich. Die Tech-9 war komplett über früher. Ja. Ja, der war ohne! Yooooooo! Jo-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. Und Freddy hat los, fängst. Rest in peace. Alter Freddy! Ui! Ui! Hey, was war denn das? Was ist das passiert? Oh ja, spiel mit dem. Detekt 9 war krass, war jetzt ein AK. Ja, und jetzt ist noch Zeit. Der ist B-Connector, safe. War ein Hit oder nicht? Nee, war's nicht. Ich fühl dich nervös. Das haben wir gar nicht gehört. Kann ich hier einfach ein bisschen zurückspulen? Mach den doch einfach weg! Ich muss auch lauter machen. Mach den doch einfach weg! Endbox! Ja, und jetzt ist noch Zeit. Der ist B-Connector, safe. Oh, paradox! Mach den doch einfach weg! Oh ja! 360er! Fäng den durch die Decke! Fäng den weg! Mach den weg! Mach den weg! Mach den weg! Mach den weg! Von hinten, die rushen und die Reihen. Wir nehmen uns da überhaupt nicht ernst jetzt. Ja, weil wir halt... Und da wäre ein anderer noch. Oh no, ja. War irgendwie so nice. Ach komm, Alter. So ein Sachsen-Gamer. Wo ist das? Woll! Woll! Woll, der Helmen! Woll, der Helmen! Woll, der Helmen! Malio, ja! Das ist das solchen Glühmöl, oder? Das ist Chance Lügen! Das ist Chance Lügen! Wo? Ne, der stand in der Mund! Der 3er-Bot-Ketze! Der 3er-Bot-Ketze! Der 3er-Bot-Ketze! Der 3er-Bot-Ketze! Der 3er-Bot-Ketze! Das war auch da, ja! Oben! Oben, Mann! Ne, das war auf das 2! Boah, echt schlecht aus der Box! Ne, das war safe Rampe auf Mirage! Also meine ich! Ich sag das, weil... Auch da! Kleine! Ja! Eine Runde! Hallo T-Beck! Ich spiel' zu seriös! Das ist meine Aufgabe also! Komm, lass probieren, lass probieren! Hey, ich erinnere mich an das Ende! Das ist gut! Für wahrscheinlich! Hä? An der Runde? Ach, die alte Tür! So kriegt, dass er sich da an solche Szene immer noch erinnern kann! Das weiß ich jetzt grad nicht mehr, was hier noch kommt! Das ist mein! Super! Das ist mein! Einer noch minus 90 Paradox! Kraft dich! Ich hab Mitte und... Paradox! Was hat das, ja? Der ist doch schon da! Letzter Mitte! Letzter Mitte! Lenny S des Hasses! Ohohoho! Der kommt nur gleich! Der schon da rein! Spot! Lenny S! Ich möchte Knives donated bekommen für die Runde! Und Freddy von dir kriegt 50 Euro per Paypal! Hast du? Haben die Info jetzt? Weiß ich nicht! Passt mal auf, ob die Action pushen! Haben da mehr? Ente, ente, ente! Weiß ich nicht! Deine Stimme, Felix! Ey, Wahnsinn! Wahnsinn! Was war das denn? Ich bin... Kenny S und Alu und JW zusammen heute! Hallo! Da war... Da war... Da war... Kenny... Da war Kenny noch Shit zu der Zeit! Wie in-log, ey! Wie in-log, ey! Wie in-log, ja! Das Video nur... Nur Frack-Highlights, ey! Ja! Ja! Nur Fracks! Links, oder? Hat gesteckt? Die war auch geil, die war richtig... Die war so schön lock, ey! Sandsäcke! Down! Die alte Glock-Sound, ey! Ich dachte jetzt Baby! Ja! Plastik-Patrone, ey! Toll! Da haben sie alten Sound-Sy-Flash und so! Z-T-Klink... Aber lock war das... Hast du das? Z-T-Sided, oder? Also... Ich hab so auf Z-T-Sided... Ne Erinnerung, ja! LoL! 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 Da geh ein... Kein Kid! Paradox hat Smoke! Paradox hat Smoke! Einer hat noch! Einer hat noch! Du Smoke! Wot-Hit im Pimmel-Eck, Auto! E-Links! Oh, der eine USP-Song ist so smart! Instant! Kann er fertig gemacht noch? Jep! Klub, schnell! Klub, schnell! Ich glaub, er wird geneifet! Ja, ja! LoL! Ich glaub, die wollen geneifen, aber... Kein Kid, oder? Oh, nein! Ist der weggeflogen? Ist der weggeflogen? Reicht das? Nein, nein, das reicht nicht! Und Freddy defuse doch schneller! Das Messer hab ich immer noch... Oh, ist das schade, Alter! Das reicht, LoL! Das reicht! Ja! 0,3! Das ist echt das ikonische Freddy Knife! Rechts! Rechts, pardon! LoL! Oh! Was sind das für die Games heute, Mann! Ich glaub... Alle Single Clips! Die alte Info war aber auch irgendwie geiler, ey! Ja, irgendwie hyped die mich auch grad, die alte Info! Oh, mein Knife, mein altes... Du musst noch mal eben so'n internes machen auf der alten Info! Ja, war alles weg! Mein erstes Knife, was ich hatte... Stimmt, erinnert mich sogar noch dran! Selbst gezogen, oder? Ja, selbst gezogen! Hast du das noch? Nee, nee! Nein! Ich hab gar nichts mehr! Bei meinen alten Videos da auch noch, da hat alles geleuchtet! Stetric Holes, überall, überall waren die Sachen! Später hatte ich dann halt auch noch eine Battlescar Dragon Lore, die jetzt irgendwie, keine Ahnung, 3 Millionen Euro wert ist! Das ist echt die Dragon Lore! Die ganzen gelöschten Braubucki... Ja... Meine Scratchler ist einfach... Braubucki so zwei Cent, ja, was war ich mit dem Blödsinn? Und schau! Und weg! Ohne Witz! Ohne Witz! Ohne Witz! Ich sag es dir! Ach, das war... Okay... Das würdest du... Du musst doch mal aimen... Nee, wie war's... Ey, bleib doch einfach da! Dann legst du dann einfach den Preis um das Modell drüber rum! Vielleicht filmen wir das doch, ich glaub das war ein Single Upload! Oh mein Gott! Was war das denn?! Das war... Ey, meine Code ist so weg! Was? Sowas hab ich daran nie wieder getroffen, ey! Die waren beide im Rennen! Das ist halt krank, ja! Im Wegrennen! Guck mal, gegen Linux aber jetzt! Wo war das denn?! Auf einmal Linux im Gegner-Team! Warte mal, war das... Nee, Iseah war's... Nee, beim Matchmaking! Hat vielleicht auch ein bisschen... Ja, beim Matchmaking! Matchmaking! Ich glaub, da kommt noch Slow-Motion, aber das... Da hatten wir alle schon Global dann! Geil! Im allerletzten, äh, so von... Von heute, das Matchmaking, da hattest du auch so einen kranken Shot! Jaja, aber... Ja, aber da stand ich! Wenigstens! Die waren beide im Rennen! Ja, true! Ich glaub, da kommt noch eine Slow-Motion! Ich hab's gefolgt! Was war das denn?! Ich bin gelaufen! Ich war im vollen Lauf! Was war das denn?! Keine Slow-Motion?! Oh mein Gott! Dadab! An Inferno war damals echt nice! Boah! Hohohohoho! Es pusht CT durch! Jürgen Franz, alter! Er ist ein neues Gens! Bitte hoch! Er ist ein neues Gens! Ah, ja! Eins zu hinterm Fenster! Eins zu hinterm Fenster! Eins zu hinterm Fenster! Der hat keine Grants! Kios raus! Stink! Das kennen nur noch die Leute, die Reise klar halten, sorry! Pushto! Fuck! Let's to Kios! Mach keine Faxen! Der pusht hoch, der Affe! Er kommt rechts hoch! Er kommt rechts hoch! Flash nicht selbst des Hasses! Und du lagst die Runde, das kann echt nicht sein! Wir sind alle aktuell wie Bernie so! Wie Bernie! Ich bin so, hello, man! Oh, die auch! Alle Kräte Bernies gewesen! Ah, Bernie entwickelt sich auch noch! Mitte AWP-Fußhit natürlich! Hilfe Mitte! Hinterm Container! Hated den, der ist weg! Schiefe! Atone! War das das, wo du die Nate, den Rollo gegen die Nate geworfen hast von ihm? War das nicht so? Ne, das ging nicht! Also, ich dachte halt, das sei ja so aus, als hätte ich die Mitte hochgeworfen, aber ich hab die oben ans Fenster von Mitte geworfen irgendwie! Okay! Das ist doch ultra! Warte, ich... Hä?! Ich geh noch mal ein bisschen zurück! Hated den, der ist weg! Oder war das gegen den Zaun da? Ne, ne! Atone! Das sieht ja so aus, als wäre die hochgeflogen! Kommt der aus, als ob die rausgeht halt! Hä?! Aber... Mann! Hey, mein Mollo ist doch Mitte hochgeflogen! Ich hätte gedacht, dass... Ich hätte gedacht, dass du dir dann nach die Demo angeschaut hattest und da irgendwie gesehen hast, dass die gegen die Nate geworfen ist. Ne, ne, das geht nicht. Granat und Granaten. Also, HE und HE kann, glaube ich, gegeneinander, aber Mollo nicht. Das haben wir uns angeguckt, aber ich hab... Das... Ich hab aber irgendwas verkackt. Okay. Ist noch einer Bo... Okay? Hä? Ist noch einer Bo... Ist Nemo einer von uns? Was ist denn das?! Ey, was so... Huch hier! Mann! Wenn du umgefallen bist, Mann! Sorry! Ey, mir wie so ein Übelstopp-Polli-Idiot! Wo denn? Nein! Nein! Das ist halt einfach clean! Danke für die Nate! Ja! 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 Fuck! Nein! Boa! 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 Nein! Boa! Das ist doch so wahnsinnig, was da passiert. Ja, da sind die Holze, Erik. Da sind sie noch da! Da sind sie noch da! Da sind sie! Da sind sie noch! Da sind sie! Äh... Drop! Oh, ne! Wir hatten alles! Danke, official mountains sind's hot! Ja! Komm, könnt ihr holen! Oh, ne! Das ist nur Franz-Flash! Bush-halte! Der ist safe an der Toolbox, oder? Oh, ne! Oh, ne! Den wir da hin! Ohm! Ja, nice! Und dann segelt er runter! Ah, ne! Das ist ein André! Nein! Auf der Kante! Man, das ist so schlecht! Boa! Auf der Kante! War das eigentlich ein Kassenfront, den du teilweise eingearbeitet hast? Ja, ja, ne! Ich geh' gefloppt, dem Damage von der Welt! Ich boah auf der Kante drauf! Hinter dir! Hinter dir! Resort! Resort war auch so geil, man! Die Maps früher waren so clean! Alle gute Community-Maps! Alle gut! Immer alle gut gewesen! Ja, Resort war eine Richtigkeit! Was eigentlich mit den neuen Maps ist? Die hab ich noch gar nicht gespielt! Sind die Trash oder was? Ist auch so geil wie früher! Also nicht vergleichbar mit dem! Naja! Ja, früher hast du dich echt immer gehypt auf neue Maps und so! Ist das auch geil! Ich hab halt so selten mal wirklich Crack-Maps! Aber haben wir auch viel mehr gespielt halt, die ganz Community-Maps-Hölien einfach besser werden! Ja! Ja! Wo ist der Skander? Wo ist der Skander? Wo ist der Skander? Der ist durch die Smoke-Garantie eben! Nein! Ich bin aber auch irgendwann mal! Ja, ich bläde ja auch schon! Nein! Hinter dir! Ja! Oh! 30 Sekunden! Mann! Ich höre den! Du Gründer! Du Gründer! Hinter dir! Hilf dir! Junge! Du Gründer-Witzer! Ich höre den Gründer-Witzer! Scheiß paradox! Du bist der schlimmste Mensch, den ich jemals kennengelernt habe! Können wir mal irgendwas ansagen! Oh shit! Ich save das Schlimmste von allen! Spott! Affengege, Affengege! Ich sage irgendwann finde ich deine Adresse raus! Irgendwann! Irgendwann irgendwo! Irgendwann! 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 Ich nehme die Information, wo du ein Bayern sich aufhebst! Irgendwann! Irgendwann! Du bist komplett hängig wie Felix! Kannst du deine Haustiere schon mal abschreiben, Alter? Irgendwann! 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 Was steht da unten? Selected Mission Shooting Safari! Was musste man da machen? Remaining Rounds win 2! Und da hast du noch das so in Ingame gesehen? Okay, jetzt hieß das auch links, aber irgendwie... Mann! Das war aber alles... Das war früher geiler! Überleg mal! Das war damals die erste Operation, wo du dann hier die so und so viele Stunden da... Splattern und so... Nee, nee, die allererste Playback! Ja, die musstest du nur Public... Wo du so Public spielen musst, da hast du es auch unten. Das ging einfach nicht voran, weil das so ein Grind war! Mh! Werde jetzt zu checken, ob Twitch.tv slash Livey... Ob es die noch gibt! Livey! Ey, wir haben 2015 gegen dich gespielt, yo! 17 Follower hat er gesammelt zu dem! Und hat zwei Donations bekommen! Walk 5 Dollar und Clever 6 Dollar! Hey! Aber ewig nicht mal online gewesen! Okay! Ach man, ist das schön! Was? Da ist doch Marius, wo? McFly halt! McFly, achso! Achso, ja! Der echte McFly! Der echte McFly! Der echte! Der hat auch nochmal aufgeschoben und infiziert! Warum liegt der Main? Der echte McFly! Da hab ich noch direkt... AAAAAAAA! Ich habe es direkt daneben gewohnt! Ich hatte dich nicht gezeigt, Alter! Ein Euro Ja, halb der Chat Was? Halt du doch deinen Maul Halt du doch deinen Maul Einfach so, es war so schön, einfach so Halt du deinen Maul Das war die beste Zeit, Alter Jetzt wieder Halb der Chat Komm bitte, Mann, ich will ne Falco Wenn die jetzt echt Nova haben Erst mal warten, was sie haben und dann Halt Halbzeit Chat Halbzeit Chat Raute 1 Das war so geil Das war unantastbar So, ich zieh jetzt nicht, zieh jetzt mal einfach kommentarlos im Video rein Zieh jetzt mal ohne Kommentar rein Der Innenbegriff von Schweine Wie viel Aufrufe hat das? Machen wir kurz Pinguin Pause Dann erst kurz warten, es geht 2 Minuten Es geht 1 Minute das Video Easy, let's go Okay Das hat 33.000 Aufrufe vom 6.01.2015 Ja Hä? Ja 7 Jahre 7 Jahre, wir gucken mal rein Das kennen bestimmt viele Leute gar nicht Und los Du hast gar nicht gewusst das kennen Ich kann das gar nicht gucken Ich kann auch lieber du kennst das Das kennt jeder Ich kann das für dich angucken Gehts nicht bei dir los? Gehts nicht bei dir los? Habt ihr's? Gehts bei euch? Ja ja doch Ich meine ich kann da nicht hingucken Ich kann da nicht hingucken Wir sehen das ganze Video so oder was? Ja ja Geil Guck dir an was da passiert Was hing mit in Slowmotion Einfach hochgeladen so Einfach mit in Slowmotion Das war ein Banger damals Das war ein Banger Das war auch worthy Held Das ist völlig um Irre Das ist das größte Schritt 3 3 1 2 2 3 3 3 4 3 3 4 4 5 6 6 5 5 6 5 5 6 Das tiltet mich halt weg, sowas, Mann. Das war mir, glaube ich, auch schon so zählt. Ich hab einfach nur hingenommen, so, ja, das ist dann halt auch weg. Und du sagst, Mann, das tiltet mich halt weg, sowas. Einfach nur um das Modeln-Rahmen gesprayt. Das war so unglaublich. Das war früher ein wenger Upload. Wenn ich sowas heute hochladen, ich würde bis Todes geflamen werden. Intro vorgeklatscht, Clip rein, 25% Speed hochgeladen. War aber geil. Okay, sonst müsstest du heute auch einfach wieder hochladen. Guck mal, oben der Auto-Alarm, das ist auch ein Klassiker. Pass auf die Hater. Ja, der Auto-Alarm ist auch krank. Kommt das direkt? Das ist Duisburg? Ja, 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 ja. Willst du den auch mitnehmen, oder willst du erst mal kurz weg? Nee, nee, let's go. Wie lange geht's her? Drei Minuten. Zwei Minuten, ja, das schafft ich auch noch. Das war so überragend. Oh, da war das innen, oder? Ja, Mann. So, auch clean. Rechts. Toll. Gegen Kevin war das noch, oder? Können aber reichen. Gegen Time jetzt. Nee. Nee, war das nicht. Aber wir haben auch mal gegen Kevin gespielt auf der Map. Oh, das war, das war... Geil, Mann, RWS-Check. Ja, das war geil. Alter, muss ich nochmal zurückgehen. Ice. Stats, pack. Felix, RWS, wo sind wir das denn? Nein, 9er RWS. Mit 20 zu 10, ne 9er RWS. Scheiße. RWS war auch schmutz. RWS war richtig kacke. Das hat auch... Das hat neu getillt, ey. Du musst es halt... Nein, du musst die Runde gewinnen. Ah, ja, stimmt. Und das war das Ding, halt. Du aced, verlierst, aber kriegst keine Punkte. Ja, geil. Aber trotzdem, so Iseas, die Hörer waren immer anders. Ja, das stimmt. Ja, das war nicht der Beste. Das war das beste Feeling jemals. Besser als alles andere. Hey, Vicky, hey. Bei wem ist gehört denn da so der Hund rein, Alter? Von mir. Oh, geil, ja. Ich hab gleich, ich hol mir echt gegen so einen BB-Gun und snipe ihn noch raus. Und das ist noch die Anzeige rein. Endgame. Alter, ey. Oh Gott. Das ist einfach nur 85 in Südburg. Hier steht so unten eine Missgeburt. Zwei Stunden vor Aktien und schreit einfach nur rum. Achtung. Die WhatsApp-Aufnahmen, die sind zu safe. Das war locker drei oder vier und nachts. Das ging wirklich anderthalb Stunden so. Und da hat keiner mal die Polizei gerufen oder so. Das war jeden Abend so, wo ich da gewohnt hab. Ja, die gute alte Vor-Corona-Zeit. Da gibt's das nicht mehr. Bei mir gab's das früher auch mal. Das war so krank. Das hat alles dauernd. Das ist noch gewöhnlich eine Roller. Das war koma absurdisch. Ja, was ist das? Oh, Alter. Fuck, Alter. Was soll das machen? Die waren halt irgendein Psychopathen seinen Tisch zerschmettern einfach die ganze Zeit. Der Schacht, 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 Schacht. Aber es tut halt keinem so. Ist halt einfach Standard da halt. Boah, der hat auch eine Headset, Alter. Ich bin auf meinen. Ich bin auf meinen. So, ich krieg einen Warner. Drei, zwei, eins. Mitte nichts. Nothing, middle. Das ist B-Rush. Schiemann. Ich hab auch gepokert auf B. Boah, der Wendner. Schachtgang. Das war ich. B ist so safe. Gitter da, vor B. Aufgeschossen, oder? Alter. Da geht's halt mal los. Ruhe da draußen, Mann! B-Rush. B-Rush, B-Rush. Wie kommt man mit Jesus? Okay. Oben noch oben. Einer oben. Ah, nein. Ich höre nichts, Frank. Mach doch mal deinen Dreckskopf. Füße. 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 Mach doch mal deinen Dreckskopf, Alter. Das war schon 2016. APA. Mach doch mal deinen Dreckskopf, Alter. Wahrscheinlich war es auch in meinem Auto, was geklaut wurde. Alles ist mir scheißegal. Alles ist weg. Ach du Kacke, Alter. Ich hab dir Neues, Alter. Ich hab dir Neues. Dann geht der Alarm einfach los. Das ist so ein geiles Timing. Danke. Pokémon GO. Wir können noch in 4 reingehen. Da muss ich kurz picken. Dann lass mal kurz. Wir können noch in 4 reingehen, das wurde auch nicht überprüft vorher. Vorher glaube ich, dass es passiert ist. Na, was du bloß? Gerade die ersten ist halt eine Wundertüte, ja. Wir hatten jetzt schon, Nalik hat das als Save-Burteil, da wurden Haustieren in den Porten wünscht. Ey, aber das ist auch... Das ist auch schon wieder... Naja. Das ist auch schon wieder... ...Motion einen freien Lauf lassen. Ganz unangenehm. Ich guck mal eben, wenn ich mein Abenteuer 4... Oh, ich glaube... Oh, schwierig. Schwierig. Vor 6 Jahren, das könnte nur schwierig sein. Ne, ich glaube aber... Also da, wo mal einer eine Bombe getraut hat... Das wurde rausgecuttet, ja. Ja. Das war auf Resort, das will ich auf jeden Fall finden. Ey, guck mal, guck mal, ich hab da... Ach, da werde ich zitiert. Ne, das ist krank. Warst du was? Ich hab irgendwie gesagt, Faradoks, deine ganze Familie brennt im Höllenfeuer noch dieses Jahr. Ja, das ist okay, man. Ja, das ist okay. Das ist okay. Das ist okay. Schwierig. Failing there and there they've got no shame. They're so bad, but somehow win the game. They are team Schwierig. 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 Schwierig.